Ich bin ja vorhin nicht gehört worden oder meine Frage durfte nicht gestellt werden an den Herrn Wiese. Ich gebe zu bedenken, vor dem Antrag oder vor dem Beschluss, dass jeder Abgeordnete hier im Haus sollte sich dessen bewusst sein, und das wäre mein Wunsch, dass wenn jemand nachweislich durch die Impfung zu Tode kommt, er persönlich in seinem Wahlkreis die Verantwortung übernimmt und sich den Angehörigen verbliebenen hinter gegenüberstellt. Danke. Ich gebe jetzt zuerst Dirk Wiese das Wort, wenn er darauf antworten möchte. Herr Wiese, Sie bekommen, der Herr Lutschak bekommt gleich auch noch das Wort, aber erst der Redner von gerade, Dirk Wiese, und gleich darf der Herr Lutschak, weil er direkt angesprochen wurde, auch noch mal Stellung nehmen. Sie haben hier. Herr Lutschak. Vielen Dank.